Monatsratschläge für September, Teil 4 von 4 Körner und Mehlspeisen Gib eine Tasse frisch gemahlenen Vollweizen in vier Tassen kochendes Wasser. Füge ein wenig Olivenöl oder gemahlenen Nüsse hinzu und lasse alles 10 bis 15 Minuten kochen. Rührt man danach noch etwas süße Sahne daran, so hat man ein wohlschmeckendes und bekömmliches Gericht. Weizenweißmehl ist armen Phosphaten und daher kein Ersatz für frisch gemahlenes Vollmehl. Ein gesundes Brot sind Teiggötter aus Weizenvollkornmehl. Man legt sie zunächst sechs Stunden in die Sonne und bäckt sie dann im Ofen goldbraun. Isst man sie mit reifen Feigen, Pflaumen, Pfirsichen, Äpfeln, Avocados oder Mangos, so wird man nie Anlass haben, nach Apothekermitteln für bessere Verdauung Umschau zu halten. Auch Weizen-Schrotbrot kann wieder einen festen Bestandteil des Speisezettels bilden. Am besten bäckt man die Scheiben vor dem Genuss kurz auf. Mit Quark oder weichem Käse und Kümmel bekommen sie jedermann. Eine Scheibe Brot mit Honig und etwas Feilchenwurzelpulver und eine halbe Stunde danach der Saft einer Zitrone geben schon eine Mahlzeit für Leute mit schwachen Nieren. Zwei Scheiben Weizenbrot, auf der einen Seite in heißes Olivenöl getaucht und mit Cayenne bestreut, geben mit einem Obst- und Gemüsesalat eine genügende und bekömmliche Mahlzeit. Ein kleiner Gemüsesalat, eine Scheibe voll Weizenbrot und ein gebackenes oder im eigenen Saft gedünstetes Gemüse geben eine vollständige Mahlzeit. Äpfel nimmt man roh gerieben, gedünstet, gebacken oder gebraten. Die Bauchspeicheldrüse zieht großen Nutzen aus roh geriebenen Äpfeln. Würzt man die geriebenen Äpfel mit Muskatblüte, Zimt oder Paprika, dann wirken sie gut auf die Leber und verbessern die Hautfarbe. Im Ofen gebackene oder im eigenen Saft gedünstete Äpfel, Äpfel im Schlafrock oder Apfelklöße mit Haferflocken und je mit einer Nelke gewürzt, sind vorzüglich gegen Darmschwäche. Apfel- und Birnenschalen trockne man gut und bewahre sie in luftdichten Behältern auf. Gießt man über eine kleine Handvoll Schalen einen halben Liter kochendes Wasser, so gibt es einen ausgezeichneten Tee, der sogar ein halbes Prozent Alkohol enthält und vorzüglich gegen Ausschläge, Nessel, Jucken und Flechten wirkt. Nach Belieben kann man ihm etwas schwarzen oder grünen Tee beigeben. Verdauungsstörungen beheben sich sehr bald durch frisch geriebenen Meerrettich, der mit so viel Sahne vermischt wird, als er aufsaugt. Auch eine roh geriebene Kartoffel mit zwei Esslöffeln Mittelmehl vermischt und einem Glas frische oder saure Milch bringen die Verdauung in Ordnung. Kalte Sauermilch mit kleinen gekochten Kartoffeln erweist sich ebenfalls als wirksam. Man nimmt das aber nur einmal täglich. Auch Senfpulver mit Sahne verrührt wirkt. Manchen helfen auch die mandelartigen Kerne von Pfirsich und Pflaumensteinen. Man nimmt drei Wochen lang je drei solche Mandelkerne nach jeder Mahlzeit. Die darin enthaltene Blausäure neutralisiert das Gift, das die Verdauungsstörung verursacht hat.